Ja, die Stelle ist ja nun bekannt, aber das Wetter und die Wassertemperatur, die ist nicht mehr so ideal oder nicht mehr so, wie wir sie haben wollten, wie im letzten Video. Also neu probieren, gleicher Spot, aber ein bisschen anders beworfen. Also, bisschen anders testen. Viele stehen hier und probieren natürlich gerade wieder aus, wie und wo können wir denn jetzt hier doch noch vielleicht ein paar dicke Brocken rausziehen, vielleicht noch ein paar schöne Coys. Und ja, es gibt einiges an Feedback aus der Community. Und tatsächlich gibt es im Discord von der Martina auch noch einen Beitrag, die hat das noch gepostet, hier gleiche Stelle mit ähnlichem Setup, wie auch im letzten Video. Nein, weg ist er. Naja, und ja, hier dann an der Stelle allerdings nicht so weit rauswerfen. Denn wir wissen ja jetzt, so mehr oder weniger, dass die Fische bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Wassertiefen bevorzugen. Und das müssen wir jetzt halt ausnutzen. Also, wir sind immer noch hier an der Stelle, gleiche Stelle wie im letzten Video und werfen jetzt allerdings nicht an diese Kante hier mit ungefähr 23 Meter, sondern wahrscheinlich eher so hier in diesem Bereich. Mal kurz eben gucken. Ja, das passt. 15 Meter. Also, wir sind jetzt hier in diesem Kantenbereich unterwegs auf 15 Meter. Zack, lockerflockig raus. Das ist gar nicht so weit. Und jetzt gucken wir mal, was hier reingeht. Ich bin gerade erst jetzt hier hin. Also vielleicht, naja, drei, vier Minuten vielleicht gerade erst. So, langsam mal hochdrehen. Schade. Das sah aus wie ein Orangie. Orangie Ogon, der erste gerade. So ein bisschen länglich. Und kriegen wir da noch ein bisschen was zu Gesicht, bevor er ausschlitzt. So, ja, das passiert natürlich, ne? Mit dem leichten Setup hier passiert sowas natürlich schnell. Der geht jetzt nicht so hart rein. Schade. Ich nehme auch gerne was Großes mit. So, gucken wir mal. Ja. Okay, der war es gerade nicht. Den erkennt man ja ganz gut mit seinen, mit seinen weißen oder mit seinen hellen Schuppen auf dem Kopf. Also kein C2-Superfreak. Das war gerade ein Orangie, ein großer. Und da geht der nächste rein. Na, guck. Ich teste jetzt hier gerade drei unterschiedliche Kombinationen. Wir sind natürlich immer noch mit der Ananas unterwegs. Gucken wir mal, was hier reingeht. Na, Rotauge. Wow. Ne, ein winziger Superfreak. Wie viel Futter mischen habe ich noch rein? Na, ich würde sagen, eine haue ich noch rein. Und danach ist erst mal Futter mischen, Pause. So, direkt wieder raus hier. Und gebe ihm. So, eins, zwei und drei. Ein bisschen unfair, der Vergleich. Denn auf der dritten Route haben wir einmal eine Komponente, die ein bisschen größer ist. Sonst sind wir hier mit 15er Bordis unterwegs. Und nach dem Fisch gucken wir auch gleich rein. Ihr seht, frequenzmäßig bisher nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, dritter Fisch, der hier gerade, oder vierter Fisch, der gerade beißt. Der eine ist ja abgehauen. Aber, das kann gerne so weitergehen. Also, auf 15 Meter jetzt hier an der gleichen Stelle. Ich teste jetzt natürlich noch, welche der Kombination, der Köderkombination, Boilykombination, ja, geht auch. Ist am effektivsten. Und es scheinen beide ganz gut reinzugehen. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Kombi gehen dann auch mal die seltenen. Da ist er, der nächste Orangie, jawohl. Zack, zwei Komma, jawohl, geht. Also, jetzt Fuddermische runter. Nicht überfüttern, sondern den Spot hier vorsichtig angehen. So, das war jetzt, ja, ich sag mal so ungefähr 16 Bällchen. Achtmal ausgeworfen mit dem doppelten PVA. Das muss reichen. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Auch hier Fuddermische runter. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt gleich nochmal im Detail alle drei Setups an. Und dann heißt es aber auch wieder testen, testen, testen. Und jetzt heißt es ja, mit diesem normalen Wasser wieder klarkommen. Also, wir hatten jetzt ein ganz lange kaltes Wasser. Da hat es im ufernahen Bereich, hat es dann super funktioniert. Dann gab es jetzt für kurze Zeit dieses warme Wasser oder zum Ende dieser Warmwasserphase leider erst diesen Spot. Und jetzt gucken wir und sehen aber auch, dass in diesem Mittelwasser bei Normaltemperatur wieder was funktioniert. Ich hatte heute Vormittag auch hier in diesem Bereich probiert. Da war auch ein bisschen was los. Was auch ganz gut funktioniert, ist hier die Area, ob man das hier von 61, 62 bewirft oder von hier oben, von diesem Spot. Also rund 20 Meter hier in dieser Area. Ja, auch hier werden immer mal wieder Kois gefangen. Also auch hier ruhig mal testen in diesem mitteltiefen Bereich. Gucken wir jetzt nochmal eben kurz rein. Die Setups sind wie folgt aufgebaut. Ich bin ja hier mit dem Grundleit-Setup unterwegs. Also nur mit einer 3000er Rolle. Hier jetzt komplett mit den Winkelpickern, mit dem Royalpickern. Und diesmal gar nicht so leicht, sondern eben mit 18 Kilo hier unterwegs. Das heißt, der Fisch von gerade, der konnte eben so richtig die 16 Kilo Bremskraft ausnutzen. Also der hatte ein bisschen Bock, hatte auch dementsprechend die Größe. 15er und 15er Ananas. Ananas 15, Ananas 15, Ananas. Und in die Futtermische, in das PVA, gucken wir natürlich auch gleich noch rein. Das hier ist das zweite Setup. Spicy Ananas, also würzige Ananas. Die normale Standard-Ananas. Also das ist hier der Unterschied. Hier ist einmal normal Standard-Ananas drauf. Und hier ist es tropische Ananas, Tropical Ananas, Pineapple. Also das ist so die Kombination. Und hier erwarte ich natürlich am geringsten Frequenz, weil wir hier nochmal einen etwas größeren Küder drin haben, Ananas-Pallet in 18. Aber vielleicht geht ja hier dann nochmal extra was Großes drauf. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, es ist komplett hier klassische Haarmontage. Also komplett auf allen drei Routen klassische Haarmontage. Ja, 18 Kilo Vorfach funktioniert sehr gut. 20 Zentimeter ging also schon richtig gut los. Und dann haben wir hier jetzt auch noch die Futtermische. Und die haben wir hier einfach nur mit Weizenkleie sozusagen. Also das ist hier quasi als Basis drin. Dann haben wir hier die Ananas natürlich wieder. Crushed Ananas 15 und tropische Ananas, also spicy und tropisch unterschiedliche Ananas 15 und 12. Und dann gibt es ja diese beiden Feed-Ballets. Also das hier ist wieder 100% Ananas. Und natürlich mit Ananas-Dip. Deswegen ist es hier meine 100% Pineapple. 100% Ananas. Und damit scheint das ganz gut zu gehen. Und damit hatte ich auch an den letzten Spots ganz gut Erfolg. Auch hier wie gesagt in diesem Bereich ging das ganz gut. Ja, ohne das teure Weizenkorn. Ob das jetzt wie gesagt so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Ist vielleicht eine gute Komponente. Kann man vielleicht eher verwenden, wenn man irgendwie mit Weizenkorn auf Barbe angelt oder sowas am Bärensee. Das geht ja auch mal ganz gut. Aber jetzt so für die Kois. Ja, ich würde sagen wahrscheinlich einfach nur eine teure Komponente. Ja, so viel dazu. Ich glaube der Spot ist bekannt. Es ist alles gesagt. Es gibt zur Zeit auch noch ein paar Infos im Discord. Von daher gerne auch im Discord reinschauen. Link zum Discord direkt unter dem Video. Und dann rein ins Wochenende. Raus mit den Kois. Petri Ölmels. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittags und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin. Abonnag. Bis dahin.